Yo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem Video und heute möchte ich euch etwas sagen und zwar habe ich jetzt mein Merch online. Ich zeige ihn euch gleich wenn wir mal das erste Team hier geholt haben. Und ja wir spielen wieder mal 8x1 auf den Badwars auf dem neruxways.net-server. Ich hoffe wir bekommen den jetzt. Nice! Und zwar hier seht ihr mein Merch. Ihr könnt hier so ran zoomen. Das ist mein erstes T-Shirt und das ist mein Profilbild und ein Banner wird dann auch noch kommen. Ich bin jetzt mal aufs Runter. Ah bin ich dumm. Oh es ist ein Williger. Ach sorry. Oh mein Gott. Puh. Die blaue ist auch nicht mehr dran. Die blaue ist auch nicht mehr. Ich habe keine Blöcke mehr. Die blaue ist auch nicht mehr drauf. So, hätten wir den mal. Ich hoffe, wir bekommen das Bett jetzt noch. Ihr könnt euch jetzt auch den Merk bestellen. Ich werde ihn verlinken. Ich habe sonst eigentlich nichts mehr zu sagen. Es wird jetzt ein kurzeres Video sein. Ich werde jetzt einfach noch diese Runde fertig spielen und dann ist auch schon vorbei mit dem Video. Ach man, jetzt bin ich halt im Cobra abgefangen. So, der hat sich schon mal ein bisschen eingebaut. Der hat gar nichts. So Leute, und dann war es das auch mit diesem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao und schaut auch mal bei meinem Merk vorbei. Ich hoffe, er gefällt euch. Ciao.